Hallo, hallo, hallo. Hier ist der neue Sportvlog. Heute wieder bei den Taunusfightern in Itzstein. Mit dem Jona werde ich gleich trainieren. Natürlich sind wir schon geschwitzt. Wir sind schon nach dem Training eigentlich. Aber was wir gemacht haben, das zeigen wir gleich. Ne, Jona? Ja. Jona hat mir erzählt, der ist halber Öchi. Mal gucken, ob es wirklich so ist. Wir müssen ja richtig was drauf haben. Na ja. Sehen wir mal. Also, bis nach dem Intro. Verr werden, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Chỗ. that guente u die Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.